Ja, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 7, die zehn Plagen. Ja, ich dachte heute eigentlich, bevor ich angefangen habe vorzubereiten, dachte ich eigentlich, wir gehen so ein bisschen rein in diese ganzen Plagen und dann bin ich doch echt nochmal an dieser ersten Plage, die wir auch letztes Mal schon gelesen haben. Da doch nochmal dran hängen geblieben und da wollen wir uns dann doch nochmal tiefer gehend mit befassen und vielleicht ist das auch nicht schlecht, denn das, was wir hier lesen, sind wirklich Katastrophen. Letztendlich erleben wir ja gerade auch so eine Plage und ich sage mal so, bei uns läuft das Ganze noch sehr glimpflich ab. Wir erleben Schutz und Bewahrung mittendrin. Ich habe gerade irgendwie gehört, die Deutschen sind ziemlich, trotz der ganzen Krise und den Wirtschaftsprognosen und alle sowas, sind die doch relativ entspannt und locker und ruhig, weil, ja, den meisten geht es weiterhin gut. Der Staat hat ja schön ordentlich Schulden aufgenommen, damit das Ganze nicht so, uns nicht so wehtut alles und Kurzarbeitergeld und alles. Die Kohle fließt noch, insofern sind wir alle noch ganz entspannt und locker und zufrieden. Ja, mal sehen, wie das so wird in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, wenn das Ganze doch mehr sich auswirkt, wie das Ganze nächstes Jahr aussieht. Man spricht von einer Naturkatastrophe in Zeitlupe. Ja, es ist schon eine Plage, Corona. Und wir haben es hier auch mit zehn Plagen zu tun in Ägypten. Eine alte Geschichte. Lange, lange ist es her. Aber nichtsdestotrotz haben diese Plagen auch etwas uns zu sagen. Sie sprechen nicht nur über die Vergangenheit, sondern sie sprechen auch über die Gegenwart und über die Zukunft. Und damit wollen wir uns heute auch befassen. Wie wir gesehen haben, stehen diese Plagen im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes über Ägypten, über die Weltmacht Ägypten, über einen Pharao, der sein Herz verhärtet hat und nicht bereit ist, sich dem Gott, der der Schöpfer und der Herr des Himmels und der Erde ist, unterzuordnen. Der nicht bereit ist, anzuerkennen, dass Gott sich ein Volk erwählt hat auf dieser Erde. Eine Gruppe von Menschen, die Nachkommen Abrahams, Isaks und Jakobs sind. Er ist nicht bereit ist, anzuerkennen, dass dieses Volk eine besondere Bedeutung hat und ihr Gott auch eine besondere Autorität hat, die eben nicht nur für dieses Volk gilt, sondern für die ganze Welt. Wie gesagt, er ist der Schöpfer und der Herr des Himmels und der Erde. und sein Volk Israel, er bezeichnet es als seinen Sohn, sein Kind. Er sagt zum Pharao, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Und das geht bis heute hin. Das geht auch in die Zukunft. Wir sehen es in der nahen Vergangenheit, wenn wir zurückschauen, das Gespenst des Antisemitismus, das sich über Jahrhunderte breit gemacht hat. und im 19. und 20. Jahrhundert so ein übles Ausmaß angenommen hat, dass sich Länder, dass sich Staaten dazu aufgemacht haben, dieses Volk tatsächlich zu vernichten, vom Erdboden zu vertilgen. Und es geht bis heute. Geht bis heute so. Das hat sich nicht verändert. Ja, wir haben in Deutschland eine gewisse Änderung erlebt. Im großen Teilen des Volkes. In einem großen Teil unseres Landes. Sind wir da sehr kritisch und sehr wachsam. Haben eine positive Einstellung gegenüber den Juden, gegenüber Israel. Und doch ist es so leicht. Es kippt so leicht. Und wir sind so leicht anfällig für das, was wir im Pharao und den Ägyptern sehen. Anfällig für dieses Bestreben, sich selbst reinzuwaschen, sich selbst in der Position der Mächtigen zu begeben und herabzuschauen, zu verachten, zu erniedrigen, diejenigen, die nicht dazu gehören. Ja, für alle übel, einen Sündenbock zu finden. Die Israeliten waren der Sündenbock. Der Pharao hat eine Angst bekommen. Dieses Volk wird mir zu mächtig. Es wird mir zu stark. Ich muss es klein halten. Aber Gott hat das Schreien seines Volkes gehört. Er sieht das Schreien der Elenden und er rettet sie. Dafür hat er Mose gesandt. Und er hat Mose aber angekündigt, der Pharao hat ein Herz des Herz. Und er muss durch eine harte Hand gezwungen werden, das Volk gehen zu lassen. So hat Gott verbunden sein Erlösungswerk mit dem Gericht. Und das Gericht ergeht über Ägypten in der ersten Plage, die wir hier lesen. In Vers 14 von Kapitel 7 im zweiten Buch Mose. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Gott analysiert die Situation und er zeigt Mose, was im Herzen des Pharao ist. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Er kann die Situation so analysieren, wie sie wirklich ist. Wir müssen uns hüten, ein Urteil zu fällen über unseren Nächsten. Wir müssen uns hüten, davor zu sagen, das Herz dieses Menschen ist verstockt. Denn wir wissen nicht, was im Herzen stattfindet. Aber durch den Geist Gottes können wir eine Erkenntnis haben, wie Mose sie jetzt hat. Gott kann so ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis geben durch seinen Geist. Aber wir haben es nicht in der Hand, wir besitzen es nicht. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir haben nicht den Röntgenblick, wie Jesus mit seinen feuerflammenden Augen, wie wir ihn in den Offenbarungen sehen. Er schaut hindurch in unsere Herzen. Er weiß, was in uns ist. Ganz genau. Er kennt unser Herz. Und Gott kennt das Herz des Pharao und sieht, es ist hart, es ist verhärtet, es ist verstockt. So beauftragt Gott Mose, geh morgen früh zum Pharao. Siehe, er wird ans Wasser hinausgehen. Tritt ihm entgegen am Ufer des Nil. Nimm den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, in deiner Hand und sage zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Aber siehe, du hast bisher nicht gehört. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen und es wird sich in Blut verwandeln. Dann werden die Fische im Nil sterben und der Nil wird stinken, sodass es die Ägypter ekeln wird, Wasser aus dem Nil zu trinken. Gott spricht zu Mose und erklärt ihm die Situation und gibt ihm einen Auftrag. Geh dem Pharao entgegen. Versteck dich nicht vor diesem Mann mit dem harten Herzen. Versteck dich nicht vor dem, der brüllt wie ein Löwe, der einschüchtert, sondern widersteh dem Teufel und er wird vor dir fliehen. So heißt es in Jakobus. Widersteh im Glauben, im Vertrauen auf den Gott, der mächtiger und stärker ist als der Fürst dieser Welt. Tritt ihm entgegen und sage ihm, was ich zu sagen habe. Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Der Widersacher wird erkennen, dass Gott der Herr ist, dass er alles in der Hand hat. Der Widersacher wird erkennen und alle, die ihm angehören, dass Gott nicht ungestraft lässt, dass er ein Richter ist über jedes Unheil, über jede Ungerechtigkeit, dass er derjenige ist, der dem Hochmütigen entgegensteht. Siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen und es wird sich in Blut verwandeln. Dann werden die Fische im Nil sterben und der Nil wird stinken, sodass es die Ägypter ekeln wird, Wasser aus dem Nil zu trinken. Gott befiehlt Mose, kündige ihm an, was du tun wirst. Mose musste mutig sein. Er wusste nicht, dass es passieren würde. Er hatte keine Ahnung davon. Gott hat es ihm schon einmal gesagt, dass er dieses Zeichen tun könnte, mit dem Stab, Wasser im Blut zu verwandeln. Aber er hat es noch nie erlebt. Er wusste nicht, ob das geht. Er wusste eher, dass es nicht geht. Also wenn ich irgendwie mit einem Stab aufs Wasser schlage, dann wird da kein Blut draus. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Gott mutet es Mose zu, dass er dem Pharao, bevor er es tut, ihm das auch noch ankündigt und sich in die Gefahr begibt, als falscher Prophet dazustehen. Wenn er auf das Wasser schlägt und es wird kein Blut draus, das ist peinlich. Später hat Mose durch Gott ein Gebot gegeben, dass ein solcher Prophet in Israel gesteinigt werden soll. Aber Gott kündigt es an. Wisst ihr warum? Weil Gott mit diesem ganzen, in diesem ganzen Gericht Menschenherzen gewinnen will. Und wir werden das sehen im Verlauf der Plagen, dass Gott in diesem ganzen Prozess Menschenherzen für sich gewinnen wird, weil sie erkennen, dass dieser Gott, der Hebräer, wirklich der Gott des Himmels und der Erde ist. Dass er der mächtige Gott ist über alles. Dass er größer ist als alle Götter Ägyptens. Dass sein Wort wirklich die Wahrheit ist. Wir lesen mal weiter. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, Nimm deinen Stab und Strecke deine Hand aus über die Gewässer Ägyptens, über seine Flüsse, nilarme Sümpfe und all seine Wasserstellen, sodass sie zu Blut werden. Und im ganzen Land Ägypten wird Blut sein, selbst in Gefäßen aus Holz und Stein. Hier ist nochmal die Aufforderung an Mose, dieses Gericht jetzt nicht nur anzukündigen, sondern auszuüben. Tatsächlich zu handeln. Und zwar Mose soll es Aaron sagen und Aaron soll es tun. Da taten Mose und Aaron, wie der Herr geboten hatte und erhob den Stab und schlug vor den Augen des Pharao und vor den Augen seiner Hofbeamten auf das Wasser im Nil. Da wurde alles Wasser, das im Nil war, in Blut verwandelt. Die Fische im Nil starben, der Nil wurde stinkend und die Ägypter konnten das Wasser aus dem Nil nicht trinken und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Es passiert dieses Grauenhafte. Das Wasser, was das Leben bringt, was die Quelle des Lebens ist. Jeder Naturwissenschaftler sagt dir das. Das machen sie doch, wenn sie mit der NASA irgendwo hin ihre Sonden ins All schießen und zu den Planeten. Was suchen sie immer? Sind da Spuren von Wasser? Dann könnte da auch Leben gewesen sein oder Leben möglich sein. So, das ist immer so die große Frage. H2O, da ist der Lebensstoff. Und das ist er, der blaue Planet, die Erde. Voller Wasser. die Lebenssubstanz. Wenn du deine Pflanze irgendwie einpflanzt und jetzt in dieser Sommerzeit, wir haben jetzt, Gott sei Dank, ein paar Tage gehabt, wo es doch etwas geregnet hat. Aber wir haben die letzten Jahre mit Trockenheiten zu kämpfen, zu tun. Christian kennt das noch besser in Kalifornien. Also Trockenheit über Trockenheit. Und da wächst nichts. Da wachsen vielleicht Kakteen oder so, die ganz bescheiden sind. Die nicht viel Wasser brauchen. Denen reicht es, dass es einmal im Jahr irgendwann mal geregnet hat. Aber das Wasser, wir brauchen das Wasser. Und deswegen, Gott spricht auch von dem Wasser des Lebens, oder? So oft spricht er von dem lebendigen Wasser, von dem Wasser des Lebens. Am Sonntag, nee, wann war das? Wann haben wir? Über die Samariterin am Sonntag, ne? Die Quelle des Wasser des Lebens. Gott gebraucht es auch als Bild für das, was wirklich unser Leben lebendig macht, was uns Kraft gibt, was uns wachsen lässt. und das, stellt euch vor, ist nicht mehr zu gebrauchen. Wenn uns die Luft zum Atmen genommen wird, das ist noch schlimmer. Aber nicht zu trinken, das halten wir nicht lange aus als Menschen. nach ein paar Tagen gehen wir ein, verdursten wir. Ohne Essen kommen wir länger aus. Bisschen Fasten tut uns gar nicht, ist gar nicht so schlecht hier für uns. Aber ohne trinken kein Wasser mehr. Eine Katastrophe. und vielmehr in so einem Land, wo das Wasser so lebensnotwendig ist, wie in Ägypten. Aber die Wahrsage Priester Ägyptens machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Sie machten es auch so, aber wie wir schon gesagt haben, es hat gar keine Bedeutung. Es soll nur ein hartes Herz noch härter machen. Da blieb das Herz des Pharao verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Da wandte sich der Pharao um und ging in sein Haus und nahm auch dies nicht zu Herzen. Alle Ägypter aber gruben in der Umgebung des Nil nach Wasser zum Trinken, denn vom Wasser des Nil konnten sie nicht trinken. Und es wurden sieben Tage erfüllt, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Sie suchten und suchten nach Wasser. Der Durst war so groß, die Verzweiflung war so groß, die haben mit ihren Händen in der Erde gewühlt, ob sie nicht irgendwo Wasser finden können, was trinkbar ist. Eine riesige, furchtbare Plage. Wasser in Blut. Ich musste an eine Szene denken und vielleicht wird euch das erstmal komisch erscheinen, aber ich habe irgendwie, wie gesagt, in der Vorbereitung kam mir der Gedanke an eine bestimmte Szene. Wir feiern ja auch wieder Abendmahl heute und es geht um Jesus Tod und es geht um die Situation vor Gericht. Da ist der Richter, der römische Stadthalter Pilatus. Er sagt hier, ich habe hier zwei Gefangene, einen von euch könnt ihr euch wählen, der soll dann freigelassen werden. Er wusste, dass Jesus unschuldig war. Aber er wollte sich aus der Verantwortung herausstehlen und übergab die Verantwortung dem jüdischen Volk, was da aufgelaufen war. Die Volksmenge, die nun da war. Er sagte, wen wollt ihr haben? Diesen Barabbas, diesen Mörder, diesen Terroristen oder wollt ihr Jesus, den ihr den König nennt, den Christus? Ja, wir wollen Barabbas. Was soll ich denn mit Jesus machen? Kreuzi ihr ihn! Und nachdem die ganze Situation hin und her wogt und Pilatus merkt, dass er die Situation nicht mehr unter Kontrolle kriegt, ja, da gibt er ihnen Jesus, da gibt er Jesus hin in die Kreuzigung. ein politischer Schachzug, der Weg des geringsten Widerstands. Er sagt sich, bevor ich hier einen Aufstand riskiere und irgendwie Ärger von meinen römischen Vorgesetzten bekomme, gebe ich doch diesen Jesus weg, ist auch egal. Um den ist es letztendlich nicht schade. aber dann kommen diese ganz symbolisch, tief symbolischen Dinge, die dann passieren. Pilatus nimmt Wasser und wäscht sich die Hände mit Wasser. Wasser ist nicht nur zum Trinken da, sondern auch zur Reinigung. Wir waschen uns mit Wasser. Wir machen uns sauber, den Dreck. Wir waschen uns rein. Und es ist ein Symbol. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich bin unschuldig. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob es auch im römischen Denken so einen Ursprung oder einen Grund dafür gibt. Es gibt aber im jüdischen Gesetz und vielleicht kannte Pilatus das und hat es deswegen gemacht vor den Juden. Da gibt es eine interessante Stelle im fünften Buch Mose. Lass uns das mal aufschlagen. Fünftes Buch Mose 21. Da geht es um den Totschlag. Eine Gesetzgebung zum Thema Totschlag, zum Thema Mord. Wenn in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, es in Besitz zu nehmen, ein Erschlagener auf dem Feld liegend gefunden wird, ohne dass es bekannt ist, wer ihn erschlagen hat. Also die Tatortkommissare haben versagt, sie haben es nicht rausgekriegt, wer der Mörder ist, wie dieser Mensch jetzt, wer diesen Menschen erschlagen hat, dann sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen und die Strecke zu den Städten hin abmessen, die im Umkreis des Erschlagenen liegen. Und es soll geschehen, die Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, die Ältesten jener Stadt sollen eine junge Kuh nehmen, mit der noch nicht gearbeitet worden ist, die noch nicht am Joch gezogen hat, und die Ältesten jener Stadt sollen das Kalb zu einem immer fließenden Bach hinab führen, wo nicht gearbeitet und nicht gesät wird, und sollen dem Kalb dort im Bach das Genick brechen. Dann sollen die Priester die Söhne Levis herantreten, denn sie hat der Herr dein Gott erwählt, seinen Dienst zu verrichten und im Namen des Herrn zu segnen. Und nach ihrem Ausspruch soll man bei jedem Rechtsstreit und bei jeder Gewalttat verfahren. Und alle Ältesten jener Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten sind, sollen über dem Kalb, dem das Genick im Bach gebrochen wurde, ihre Hände waschen und sollen bezeugen und sagen, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere Augen haben es nicht gesehen. Worum geht es hier? Wie gesagt, Anfänge von Kriminalistik, der Abstand zu den jeweiligen Orten wird abgemessen und die Stadt, die am nächsten ist oder der Ort, der am nächsten ist, zu dem Erschlagenen, zum Tatort, wird als der wahrscheinlichste Ort angenommen, wo der Totschläger zu finden sein könnte. Die Ältesten jetzt der Stadt sollen nun mit diesem Akt, mit diesem Opfer, das dargebracht wird und mit dieser Reinigungszeremonie deutlich machen, wir wissen von nichts, wir sind nicht an diesem Totschlag beteiligt gewesen, wir haben keine Schuld an diesem Tod und wir wissen nicht, wer es gewesen ist. Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere Augen haben es nicht gesehen. Vergib Herr deinem Volk Israel, das du erlöst hast und lege nicht unschuldiges Blut in die Mitte deines Volkes Israel, so wird ihnen die Blutschuld vergeben werden. Sie bitten darum, dass Gott ihren Ort nicht richten soll, nicht mit einer Plage treffen soll, kein Gericht auf es herabkommen lassen soll. Sie bitten darum, weil sie sagen, wir haben nichts Böses vorgehabt, wir haben damit nichts zu tun, bitte vergib uns. Es ist ein bisschen wie Sodom und Gomorra, wo Abraham bittet, Herr, du wirst doch den Ungerechten nicht mit dem Gerechten zusammen verderben. Dein Gericht geht doch nur über die, die Unrecht getan haben, die schuldig sind. Und so betet er und Gott sagt, ja klar, natürlich werde ich nicht den Gerechten mit dem Ungerechten zusammen richten. Ich werde die Stadt verschonen. Um der wenigen gerechten Willen. Und hier ist es ähnlich. Um dieses Opfers Willen und dieses Zeugnisses der Ältesten. Wir haben mit dieser Sache nichts zu tun. Wir sind rein, wir sind unschuldig. Vergib, Herr, richte uns nicht, richte dein Volk Israel nicht wegen dieser Sünde. Vergib, auch wenn der Schuldige jetzt nicht bestraft werden kann für diese Missetat. Denn das war nicht nur Gesetz in Israel, sondern das ist etwas, was Gott seiner, der ganzen Menschheit mitgegeben hat in 1. Mose 9. Er sagt, 1. Mose 9, wir kommen gleich nochmal zurück zu dieser Blutschuld und dem Händewaschen, aber 1. Mose 9 ist erstmal wichtig, nochmal für das Verständnis, Vers 5, Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern, von jedem Tiere werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Hier legt Gott einen Schutz auf jeden Menschen. Er sagt, das Leben eines jeden Menschen ist heilig. Ich habe den Menschen nach meinem Ebenbild geschaffen, er soll nicht angetastet werden. Keiner soll das Blut eines anderen Menschen vergießen. Wer es aber tut, für den ist es gerecht, wenn er auf dieselbe Weise stirbt, wenn auch sein Blut vergossen wird. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Gott ist ein gerechter Gott. Er sieht die Ungerechtigkeit und wenn Menschen leben, wenn Menschen Blut vergossen wird, dann ist das für Gott nicht egal. Er richtet das. Er hat Gerichte eingesetzt in dieser Welt, die darüber zu Gericht sitzen und Recht sprechen und Gerechtigkeit ausüben in dieser Welt. Aber es geht noch darüber hinaus. Gott wird in Ewigkeit richten jeden, der Menschen Blut vergossen hat. Das ewige Gericht Gottes ergeht über diejenigen, die Menschen Blut vergossen haben. Jetzt sehen wir die Ältesten ihre Hände waschen, weil sie mit diesem Mord nichts zu tun haben und sie haben ein Opfer dargebracht, damit Gott diese Sünde vergibt, die nicht geklärt wurde. Vergib Herr deinem Volk Israel, das du erlöst hast und lege nicht unschuldiges Blut in die Mitte deines Volkes Israel. So wird ihnen die Blutschuld vergeben werden. Und du, du sollst das unschuldige Blut aus deiner Mitte weg schaffen, denn du sollst tun, was in den Augen des Herrn recht ist. Du sollst also dich um diese Sache kümmern. Du darfst nicht einfach darüber hinweg gehen, sondern du sollst versuchen das aufzuklären und wenn ein Täter zu ermitteln ist, dann soll er bestraft werden. Es soll kein unschuldiges Blut in Israel vergossen werden, sagt Gott hiermit. Was macht aber Pilatus? Er wäscht sich die Hände vor den Israeliten, vor den Juden, wäscht er sich die Hände und sagt, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sagt er das? Ich muss mal gucken, dass ich nichts Falsches sage. Matthäus 27. Genau. Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Er wäscht sich selber rein von der Schuld. Kann er das überhaupt? Nein, natürlich nicht. Die Ältesten mussten ein Opfer bringen und sie waren schuldlos. Was Pilatus macht, ist hier feige. Es ist verantwortungslos. Er übernimmt nicht die Verantwortung, die er eigentlich hat als Richter, sondern er schiebt den Ball rüber und sagt, seht ihr zu? Was sagen sie dann aber? Das ganze Volk antwortete und sprach sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Sie wissen darum, dass Blutschuld gesühnt wird und sie denken, sie tun hier etwas Richtiges. Paulus hat es auch gesagt, ich war so verblendet, als ich Christen verfolgt habe. Jesus sagt es in Johannes 14 glaube ich, da sagt er oder Johannes 15 sagt er, die Leute werden euch verfolgen und sie werden denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, wenn sie euch verfolgen, wenn sie euch sogar töten. Sie werden denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen und Paulus sagt, sie sind eiferer für Gott, aber mit falscher Erkenntnis. Wir sehen, dass Gericht, das Wasser in Blut verwandelt wird. Wisst ihr, dieses Reinigungsmittel, mit dem Pilatus sich die Hände waschen will, es wird zu Blut. Das Wasser, in das die Ägypter, die Hebräer Jungens hineingeworfen haben, unschuldiges Blut, das sie vergossen haben, dieses Wasser wird zu Blut. Jetzt lass uns mal Offenbarung aufschlagen, Offenbarung 8, Vers 8. Offenbarung 8, Vers 7, die vier Posaunen, es sind die Gerichte Gottes, die kommen werden über diese Erde, die Plagen, die kommen werden und wie ich schon letztes Mal gesagt habe, gibt es da Beziehungen zwischen diesen zehn Plagen, die über Ägypten gekommen sind und die Plagen, die kommen werden über diese Erde. Die Gerichte Gottes über diese Erde und da steht in Vers 8, der zweite Engel Posaunte, das sind diese Posaunenengel und etwas wie ein großer Feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Und der dritte Engel Posaunte und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut, das ist eine bittere Pflanze und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Wir sehen ein heftiges Gericht Gottes in der letzten Zeit der großen Bedrängnis. Der dritte Teil des Meeres, der dritte Teil des Wassers wird in Blut verwandelt beziehungsweise in Wermut. Jetzt gehen wir ein Stück weiter hier in der Offenbarung, Kapitel 16. Das Gericht Gottes wird immer heftiger, immer härter, immer schwerer und wir sehen im Verlauf dieser letzten sieben Jahre, die Johannes von Jesus gezeigt bekommt, dass anfangs Menschen sich von den Gerichten Gottes zur Buße leiten lassen. Aber am Ende ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Gericht Gottes in seiner vollen Härte zuschlägt, weil die Menschen ihre Herzen so verhärtet haben, dass sie nicht bereit sind umzukehren, wie der Pharao und Ägypten. Und das ist dann Kapitel 16. Das sind die sieben Engel, die die Schalen des Zornes Gottes haben und diesen Zorn Gottes auf die Erde ausgießen. Und wir gehen jetzt hier nun mal auch wieder in die zweite, zu dem zweiten Engel. Der zweite Engel goss seine Schale aus, das ist Vers 3, auf das Meer, also nicht den dritten Teil des Meeres, sondern auf das ganze Meer. Und es wurde zu Blut wie von einem Toten und jede lebendige Seele starb alles, was im Meer war. Eine universelle Katastrophe. Nicht nur bezogen auf Ägypten, nicht nur bezogen auf einen dritten Teil der Erde, sondern auf die ganze Erde. Alle Meere tot, Blut voller Blut. Und der dritte Engel goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen und es wurde zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der ist und der war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja Herr Gott allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Das, was hier die Menschheit trifft, diesen Planeten, ist das gerechte Gericht über ihre eigenen Taten. Denn in diesen letzten sieben Jahren werden viele, viele Menschen getötet werden, um des Glaubens willen, um des Glaubens an Christus willen. viele Menschen. Es gibt noch etwas, was mich bewegt hat bei dieser Sache im Nachdenken. Was hat es uns zu sagen heute? Wenn ich in die Statistiken hineinschaue, dann sehe ich, dass in Deutschland jedes Jahr etwa 300 Menschen gewaltsam getötet waren. Das ist ziemlich wenig, ne? also die Mordstatistik in Deutschland ist sehr gering, dafür, dass jedes Jahr, sage ich mal, jetzt habe ich das, die Zahl habe ich glaube ich vergessen, aber es sind etwa 800, 900 tausend Menschen, die sterben jedes Jahr in Deutschland. Fast eine Million Menschen in Deutschland sterben jedes Jahr und davon nur so ein paar hundert, weil sie von jemand anders gewaltsam getötet werden. Das ist ein ziemlich niedriger Wert. Es ist ja immer so eine Sache mit den Statistiken, weil diese Statistiken immer irgendwie auch relativ sind. Man kann nicht immer herausfinden, wie ein Mensch gestorben ist und dann versucht man das irgendwie und dann wird das relativ kurz und schnell auch wird der Totenschein ausgefüllt und so geht es dann in die Statistik ein. Insofern ist das immer auch mit Vorsicht zu genießen, diese Statistiken. Aber was das Furchtbare ist in Deutschland ist, dass jedes Jahr 100.000 Kinder getötet werden. Jedes Jahr 100.000 Kinder 100.000 Frauen sagen jedes Jahr nee dieses Kind das kann ich nicht kriegen das will ich nicht kriegen und es wird in den ersten Wochen der Schwangerschaft durch eine Vorrichtung abgesaugt oder ein Medikament wird eine Frühgeburt eingeleitet sodass das Kind ausgestoßen wird ausgeworfen wird ihm wird die Chance verwehrt sein Leben zu leben wo wir doch alle uns sehnen danach dass dieses uneingeschränkte Ja über unserem Leben zu hören wo wir uns wünschen dass jemand sagt ja es ist gut dass du da bist du bist geliebt du bist angenommen du bist willkommen in dieser Welt so wird es jedes Jahr hunderttausend Kindern verwehrt und von den siebenhunderttausend die dann doch geboren werden also jedes achte Kind wird getötet hier in Deutschland von von den siebenhundert erleben es viele auch du bist nicht gewollt aber wisst ihr alleine das zu sehen Gott sagt du sollst nicht töten du sollst nicht töten du sollst nicht morden wir setzen uns aber darüber hinweg wir sagen naja das ist ja nur so ein kleiner Zellhaufen ist ja noch kein richtiger Mensch der merkt das ja auch gar nicht und so weiter und so weiter diese ganzen Argumente und so weiter und so weiter diese ganzen Argumente das sind alles Argumente um unser Gewissen zu entlasten um zu sagen ja es ist halt so und wisst ihr ursprünglich steckt dahinter natürlich eigentlich ein Gedanke der Barmherzigkeit denn in vielen Ländern und auch früher in früheren Zeiten war es so dass Frauen in Notlagen kam und dann sich nicht anders zu helfen wussten als ihr Kind zu töten sie waren innerlich in so einem Gewissenskonflikt sie waren im Stich gelassen sie waren gebrannt wir sehen das bei der Ehebrecherin im Tempel die Juden die Schriftgelehrten und Pharisäer sie weg gehst wenn du dich beraten lässt wenn du zu einer Beratungsstelle gehst und das eine Beratungsstelle ist die auch staatlich anerkannt ist dann wirst du so eine Beratung durchlaufen kriegst du einen Schein in die Hand dass du die Beratung vorgenommen hast und mit diesem Schein darfst du dann zu bestimmten Ärzten gehen und darfst eine Abtreibung vornehmen lassen wie gesagt 96.000 Frauen machen das jedes Jahr was ist der Grund dafür es gibt eine Studie von der Bundeszentrale gesundheitlicher Aufklärung über ein Drittel der Frauen die da befragt wurden geben an dass das Problem oder dass der Grund für den Schwangerschaftsabbruch eine schwierige oder vielleicht auch gar keine Partnerschaft war Da ist kein Vater da oder kein Vater dem ich vertraue kein Mann dem ich vertraue dem ich mein Leben vertraue und es spricht über die Beziehungslosigkeit in unserem Land die verlorenen Werte die wir haben Wir werden zu mördern weil wir nicht mehr treu sind oder weil wir nicht treu sind was heißt nicht mehr wir sind ja Menschen wir sind nicht treu Wir werden zu mördern weil wir nicht treu sind Frauen werden zu Tätern aber in Wirklichkeit sind es die Männer die die Frauen in Stich lassen die ihnen nicht diese Geborgenheit und Liebe geben die sie ihnen geben sollten die nicht die sie nicht tragen sie übernehmen keine Verantwortung für ihre Frau und für mögliche Kinder es spricht natürlich auch davon von unserem Sexualverhalten Wir lösen das Eheliche den Bund der Ehe der ja dafür da ist genau diese treue verlässliche Grundlage zu schaffen in der dann auch ein Kind hineinkommen kann Wir lösen das ab von unserem sexuellen Leben und sagen ja mit jemandem schlafen das ist Spaß das 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 ist was was schönes was man genießen kann aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun aber dabei kommen hunderttausend ungewollte Schwangerschaften raus andere andere Punkte sind hier berufliche oder finanzielle Unsicherheit oder gerade bei jüngeren Frauen ist das Thema Ausbildung Studium oder das Gefühl jung und unreif zu sein ist ja auch ein Phänomen das in Deutschland durchschnittlich die Frauen heute mit 30 ihr erstes Kind bekommen das spricht davon es gibt einige junge Frauen die Kinder kriegen aber viele versuchen es immer weiter rauszuschieben und gerade Leute die im Studium sind die Akademiker sind die sagen nee jetzt noch nicht ich muss ich muss erst mal mein Studium abschließen ich muss erst mal meine Karriere machen ich muss erst mal einen bestimmten Status erreicht haben damit ich dann auch später nachdem ich mein Kind bekommen habe wieder richtig in den Beruf einsteigen kann das kann ich jetzt nicht machen das passt jetzt nicht und insofern ist unter gebildeten Akademiker Frauen treiben viele Frauen ihre erste Schwangerschaft ab weil sie das rauszögern wollen die Familienplanung und das spricht davon das spricht für mich davon dass wir eben keine Kultur sind keine Kultur haben keine Gesellschaft sind die kinderfreundlich ist die auch ein Jahr zu Mutterschaft hat die sich freut daran Kinder in die Welt zu bringen die Angst hat die perfektionistisch ist die immer irgendwie denkt ich reiche nicht ich genüge nicht ich kann ich kann dem Kind nicht genug geben aber die Unlogik besagt dann ja dann entschließe ich mich lieber zum Mord natürlich nennen wir das dann nicht Mord sondern Schwangerschaftsabbruch damit damit es nicht so hart klingt seit 1996 die letzten 24 Jahre wurden in Deutschland 17 eineinhalb Millionen Kinder geboren und 2,8 Millionen Kinder getötet weltweit laut der WHO 2017 werden 57 Millionen Kinder jedes Jahr getötet im Mutterleib 57 Millionen Menschen jedes Jahr ermordet ist Gott nicht gerecht dass er das Wasser in Blut verwandelt das Wasser mit dem wir unsere Hände reinwaschen das Blut das unschuldige Blut auf uns kommen lässt wir sehen einen anderen der Wasser verwandelt hat oder Jesus am Anfang des Evangeliums von Johannes ist da auf einer Hochzeit ein wunderbarer Anlass oder eine Hochzeit der Bund zwischen einem Mann und einer Frau wird geschlossen der Lebensbund ein Mann und eine Frau werden eins sie sollen ein Fleisch sein und sie sollen fruchtbar sein und sich mehren und Frucht bringen Ja die Grundlage für ein Kind wird gelegt dass es willkommen geheißen wird auf der Grundlage des Bundes der Ehe und Paulus sagt wenn du dich nicht enthalten kannst dann heirate deine Freundin deine Verlobte damit die Grundlage geschaffen ist ein treue Bündnis die Grundlage ist um einem Kind dieses willkommen zu geben was es verdient weil es ein Ebenbild Gottes ist es hat es nicht verdient abgelehnt zu werden ausgestoßen zu werden getötet zu werden sondern es hat es verdient willkommen geheißen zu werden in den Arm genommen zu werden geliebt zu werden weil Gott es geschaffen hat und weil es Gott dazu geschaffen hat auch in Ewigkeit ein Kind Gottes zu werden Schulden es unseren Kindern die Liebe des Vaters ihnen zu zeigen darin dass wir die Kinder aufnehmen denn wenn wir eins dieser Kleinen aufnehmen nehmen wir wen auf Jesus das sind die Gedanken die unsere Herzen prägen sollten auch die wir weitergeben sollten an unsere Kinder an unsere jungen Jugendlichen an unsere jungen Erwachsenen dass sie so ein Herz für Kinder haben wirklich ein Herz für Kinder zu haben in der allergrößten Not sage ich immer ja zu diesem Kind immer ja zu diesem Menschen weil die Liebe Gottes mein Herz erfüllt kann ich nicht nein sagen zu diesem Kind und selbst wenn alle mich im Stich lassen ich weiß dass mein Gott mich nicht im Stich lassen wird und wir sollten mit aller Kraft dazu beitragen dass Menschen um uns herum die Jesus nicht kennen dass sie diese Liebe kennenlernen dass sie diese Werte in sich aufnehmen das sind ja nicht nur Werte das ist die Liebe Gottes in Person dass sie andere Menschen mit solchen Augen sehen können dass sie die Heiligkeit des Lebens in ihrem Herzen tragen um kein unschuldiges Blut zu vergießen wir sollten dazu beitragen ja auch wenn wir Menschen in Not sehen um uns herum gerade alleinstehende Frauen die verlassen worden sind ja Jesus hat sich den Sünderinnen den Prostituierten den Frauen die schlechten Ruf hatten die Samariterinnen am Brunnen die fünf Männer hatte und jetzt mit einem zusammenlebt der nicht ihr Mann ist die Ehebrecherin ihnen zu vermitteln du bist geliebt du bist angenommen trotz deiner ganzen Schuld da wo du dich versündigt hast Gott liebt dich er nimmt dich an er sagt ja zu dir so dass eine solche Frau auch ja sagen kann zu dem Leben was in ihr entsteht sei es nun auf der Grundlage eines wunderbaren Treue Bündnisses sei es aus der Sünde heraus entstanden wie David sagt in Sünden hat meine Mutter mich empfangen was auch immer er damit gemeint hat wie gesagt Jesus hat Wasser in Wein verwandelt hat gesagt trinkt trinkt es trinkt diesen Wein trinkt alle daraus aus diesem Kelch das ist mein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden denn es ist sein unschuldiges Blut was vergossen wurde das Kalb dessen Genick gebrochen wurde die Grundlage dessen dass wir Vergebung empfangen von jeder Sünde und Jesus sagt es jede Sünde kann vergeben werden jede Sünde nur die Sünde gegen den Heiligen Geist wenn wir sagen ich brauche keine Vergebung ich brauche das Blut Jesu nicht na dann gute Nacht dann wirst du in dieses Gericht kommen wo das Wasser zu Blut wird du kannst es nicht trinken du verdurstest verschmachtest weil kein Wasser des Lebens da ist aber wenn du zum Mörder geworden bist da ist Vergebung da das Reinigung von aller Schuld das Annahme Gottes Arme sind weit ausgestreckt Jesus Arme sind am Kreuz weit ausgestreckt er nimmt dich an er nimmt dich auf egal was du getan hast und er schenkt dir Vergebung und Gnade er sagt ja zu dir du bist mein geliebtes Kind ich werde dich nicht ausstoßen ich werde dich nicht verstoßen ich nehme dich an ich nehme dich in meinen Arm du bist gewollt du bist geliebt ja ich sage ja zu dir ich ich bin